Voila Kein Kontakt, ne? Machen wir diesmal Die Motorhaube hat eh gestört Was wurden wir denn für Fahrzeuge? Kompaktwagen, Limousine? Ne, was machen wir denn das? Kompaktwagen finde ich gut Jaaa Keine Kompakt... So, guck dir das an, Redbird Eigene Fahrzeuge aus Werd den Helm nicht los Ich hab dir gesagt, wir den Helm nicht los Wir haben eine schöne Prüfung Oh, wir wurden eingeladen, oder? Ich hab eingeparkt Das ist schön Ach, ein grünes Auto wie hier Ruck, Ruck Mhm Äh, boah Radio, der Radio ist mir egal Ich muss mir nochmal schicken Netzwerkfeder ist aufgetaucht Oh, äh, dann nochmal? Äh, eingeladen Meine, meine, meine Freunde von... Er ist schon eingeladen Ich hab schon Jaja Ich bin jetzt auch auf den Redbird Wo weiß er denn noch nicht? Hä? Wie komm ich da hin? Info... Ah Dafür fahren wir schneller Weil die Schallwellen, äh... Ah, auf jeden Fall Ist klar Äh... Was nehm ich denn? Ist klar, mit welchem Wagen ich fahre, ne? Warum? Ja, definitiv den Nimm den Dilettante Nimm mal das hässlichste Oh, der Dilettante Echt? Wow, find ich Ich find... Ich find... Ich find... Ich find... Ich find... Ich find... Ich hab immer noch den Helm im Gesicht Ich weiß... Du musst das gleich im Menü ausstellen Ja, das ist Sicherheit Ebene, also... Kontakt drin Oh, er muss eigentlich auf hier Kein Kontakt drin Ja Also wir... Keine Kollisionen Miam Brumm Oh, es geht nicht groß Wo fahren wir denn hin? Äh... Keine Ahnung Achso, wir müssen... Ah! Oh, ich hab es gedacht Pfff Da ist... Geist! Alles Geist! Waaah Äh... Äh... Warum seid ihr denn Geister? Weil das kein Kontaktrennen ist Ja Es gibt weder den ersten, zweiten, noch dritten Kontakt Ah Oh... Ah, jetzt hab ich's Ich glaube, ich erinnere mich an dieses Rennen Ich hab... echt... ich glaub ich hab das... Wiii! Ich bin das auf jeden Fall noch nicht gefahren Ach, doch... So ein ähnliches haben wir schon gefahren Ja, so ein ähnliches, ja Wiii! Uaaah Ach du heilige, was darfst du denn denn? Wer ist eigentlich Fünfter, wenn ich mal fragen darf? Ich Ah Uaaah Uiuiui Ich... ich... die Straße kommt nicht durch den Tisch Nein, ich hab... ich hab den Vorteil, dass ich selber so einen kompaktwagen fahre Das sah sehr schön aus Wiii! Den hab ich ja gar nicht gesehen Oh, die Bodewelle! Vielleicht war so ein... so ein... so ein... so ein großer 40-Fuß-Container auf der Straße, den übersieht man schon mal Ja! Auf jeden Fall! Wiii! Ich mag das Rennen, das ist lustig Waaah Was fährst du da eigentlich? Ist das so ein Mini, den du da fährst? Ja, ne? Wär ich? Waaah Kommt der Redbeer vorbei gefroren Frag mir nicht, was das ist Ein Mini ist das Au, au, au Kein Mini, sondern ein... ein Winnie Du bist kaum unter Kontrolle gehalten, ein blöder Auto. Oh, hallo. Kaum unter Kontrolle zu halten. Achtung, hier stehen wieder Container, ne? Ja, ja. Container. Ach, das sind zwei Runden? Ja. Gott, da komm ich ja wieder zu spät. Standardmäßig wäre das hier übrigens was für Supersportwagen. Für was? Für Supersportwagen, dieses Rennen. Aber ich glaube, das wäre was auch immer Supersport. Ja. Dafür kann ich hupen. Die ganz schnellen Wagen. Verstehe. Boom. Ich kann ja hier mal gucken, ne? Frau Narsby ist erster, okay. Knapp dahinter Redbeard. Ein Schatten meiner selbst. Ach ne, MRN. Redbeard ist acht Sekunden vor mir, ne? Gut, das hole ich noch ein. Ja, glaub so. Natürlich. Ich glaube es nicht, ich weiß es. Fleck ist 16 Sekunden hinter mir. Oh, das passt. Herr Rock kann hell sehen. Mach die Scheinwerfer an. Scheinwerfer? Ich war im Dunkeln. Sonst seht ihr mich nicht kommen. Wir sehen dich nicht kommen. Ja, da kann ich mich voll gemein anschleichen, ne? Auf jeden Fall, ja. Kann man bei solchen Rennen eigentlich auch den Gummi von Reifen wegnehmen? Ich glaube das wäre alles viel interessanter. Was? Was kann man wegnehmen? Ohne Reifen. Achso, wie... Ne, das geht glaube ich nicht. Auf den Felgen. Schade. Ja doch, wir können es mit dem Burnout zu Anfang versuchen, aber dann... Oh, ehrlich? Ja. Doch, das ginge. Nein, das doch nicht. Ich war hier stundenlang und dabei habe ich einen Checkpoint hinten verpasst. Oh nein! Wow! Ich habe doch gesagt, ich weiß, dass ich das gleiche hole. Jetzt bin ich letzter. Echt? Ich bin gar nicht an dir vorbeigefahren. Dann drück Y-Zelon damit du wieder zurückgesetzt wirst. Ich hab's doch... Ich wusste doch, dass ich dich noch überhole. Aber folgt die Strecke, ne? Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Jetzt hab ich mit Frau Nasenberg hier vor mir. Nein! Ja, ihr seid auch ziemlich nah beieinander, ne? Das ist schon gewonnen. Was? Du bist schon im Ziel? Ja. Ich bin... Ich hab noch ein paar Checkpoints. Wir hätten noch Zeit. Wofür? Guck mal den Doktor auf. Du wirst ja nicht mehr viel sehen. Du bist ja gerade auch angekommen. Ja. Dann guck ich dem Fleck zu. Juhu! Nächster Fleck in seinem... ...gelben Beetle. Smart. Darst du... Gut, haben wir alles verpasst. Redbeard! Redbeard! Was macht er? Ja. Def... Oh, ich bin Dreiter übrigens. Eins da! Jamba! Das gibt's auch nicht. Doch, das war super. Wissen wir eigentlich, was JP-Punkte heißt? Japan-Punkte. 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 Aber warte mal. Nein! Doch! So. Trendsetting? Also... Was ist denn Trendsetting? Ja, so ein Rennen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das ist. Muscle Curse. Oh je. Oh je. Oh nein! Oh doch! Oh nein! Oh doch! Oh nein! Ich hab dummerweise zu schnell geklickt. Ich glaub ich hab Freien-Modus gewählt. Nee, du bist hier dabei. Oh nein! Oh doch! Oh nein! Oh doch! Oh nein! Oh doch! Oh nein! In Hessen oder Rheinland-Pfalz? In Hessen. Oh je! Eine Baustelle! Ja. So zwei übertrieben grinsende Kinder. Oh je! Eine Baustelle! Und dann bei jedem Kilometer gibt's noch so ein Bild, ne? Genau! Ach ja! Noch zwei Kilometer! Oh je! Gleich ist es geschafft! Furchtbar! Ach, jetzt ist das Auto wieder! Schön! Ich kann kein Auto auswählen! Ja! Nein, nein! Sie brauchen kein anderes Auto, wenn Sie das haben! Ich will ein anderes Auto haben! Das ist hässlich! Ich finde es ja übrigens schön, dass Redbeard auch einen roten Bart hat! Ja! Ja! Was? Was macht denn der Lkw da? Woah! Hier geht's ja rum! Sorry! Danke! Danke! Ups! Das hab ich alle! Das war der scheiß Windshot! Das gelbe Auto bist du, hast du mich wieder gedreht! Danke! Eine Frechheit! Da hinten sind sie alle! Die alle! Mit alle meine ich alle! Nein! Was war das? Ich hab so Augenblick gesehen, dass du mich gedreht hast! Oh! Oh! Wir sind jetzt mal shoppiert! Ich bin nur gerade ausgefahren! Boah! Das gelbe ja los! Boah! Boah! Fahren sie, Frau Eulenspiegel! What? Noin! Oh! 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 Uah! Oh! Ich hab sie dezent in einer, in eine Sackgasse gelegt! Sagen wir es so! Wie kann Redbeard denn jetzt bitte auf dem ersten Platz sein? Das geht doch rein technisch. Nein, wie ist denn das jetzt passiert? Bin ja auch nicht auf dem ersten Platz. Aber bei mir stand gerade Redbeard ist auf Platz 1. Ja, das war das System. Das hat Konversionsschlecht. Das war ein Systemfehler. Wen habe ich denn jetzt auch überholt? Nein, ich habe den Checkpoint wieder verpasst. Mich haben sie überholt. Redbeard hat ihn auch verpasst. Uns beide gegenseitig haben Checkpoint vorbeigeschoben. Ich bin aber Dritter. Wo kommen wir denn da entgegen? Oh, Mist. Wer ist denn hinter mir? Oh, Fleck ist auf dem ersten Platz. Was? Wer ist denn in der Matrix? Nein! MHN! Nein! Ja, ich! Was sind wir denn da? So ein Schott. Kommt er nicht vorbei. Warte doch mal da vorne. Ich kann nicht warten. Alle. Da kommt der Redbeard. Redbeard ist auf dem ersten Platz. Das ist... Unfleck zweiter Welt. Also überlegt euch das mal. Okay, jetzt ist Redbeard nicht mehr auf dem ersten Platz. Ich habe ihm mal den Cent vom ersten Platz gefolgt. Oh, das war knapp. Beinahe wäre ich da runtergefallen. Oh, ihr seid zwei Checkpoints vor mir. Ich muss aber hier erstmal wenden. Checkpoints vor dir ist doch nicht wild, oder? So, Fleck, jetzt komm. Komm an hier. Jetzt kriege ich dich. Ich bin doch da. Was sind denn du? Ah, Checkpoint 12. Wer ist denn... Wer fährt ein blaues Auto? Ich? Und MHN auch. Ja, MHN ist hinter mir. Also bist du vor mir. Oh, die... Was denn? Was hast du denn? Jetzt kriege ich dich nicht mehr. Weil ich ein ganz... ein Flinker bin. Ja, jetzt kommt das MHN noch. Ja, super. Versuch, mich hier anzuschieben. Ich glaube nicht. Brüm, brüm. Oh, auch unser Busfahrer. Wartet doch mal da vorne. Los, schneller. Wir können den Fleck doch nicht gewinnen. Haha. Wettbewerb fahren. Wettbewerb ist falsch abgebogen. Wettbewerb ist falsch abgebogen. Nein, der Wettbewerb ist nicht da. Juhai, ist das da. Wer ist denn da so rosa und halb kaputt? Ich war rosa und halb kaputt. Was macht ihr da? Ach, Redbeet bist du immer noch an der Stelle. Fahr, Redbeet. Du schaffst es. Das ist doch nicht wahr. Du warst Zweiter, ne? Ja. Ach, wie schön. Falsche Abfahrt genommen und schon letzter. Ey, das ist doch unfassbar. Bob Fleck hat gewonnen. Das war ich voll. Unglaublich. Das war ein super Abschluss. Bitte? Der hat nur gewonnen, weil er mich voll voll sah. Ey, was war das gerade? Das stand immerhin gerade bei Fleck auf den Schultern. Was? Ja, bei mir. Bob springen. Ah. Bob springen. Aber ich habe gesehen, was Mr. Flecks Geste war. Ja. Nö, mir reicht's. Was? Ich will nicht mehr. Was? Ich kann nichts mehr auswählen. Euch bist trocken noch. Macht mal jemand mit. Ich konnte auch nichts machen. Ein letztes Rennen. Ich konnte auch nichts machen. Hm. Ich hatte keinen Mauszeiger. Ja, es sind aber alle da. Ah, was ist das? Aber was fahren wir denn? Ich mag euch alle. Sportwagen. Ich habe euch lieb. Sportwagen. Was? So, spielen. Aber Frau Nasenberg, es war wirklich um Haaresbreite, ne? Hm. Um Nasenhaaresbreite. Uiuiui. Ah. Oh. Eletschbi RH8. Eletschbi RH8. Blat 70 Russ hat dir eine Multiplayer-Einladung geschickt. Was? Das ist doch schön von ihm. Wer ist denn Blat? Blat der Fehler. Kennst du nicht? Schlade mir. Blat der Fehler? Blatteppich. Verfügbares Geld. 6000. Oh, was soll ich denn mein Geld? Furcht bis trocken. Weiß? Mhm. War das die Straße? Keine Ahnung. Oh. Was haben... Ah, Redbeard und ich haben... Brüm. Oh. Volle Stadt verschlafen. Was war denn das? Oh. Das war der Hammer. Und alle sind vorbei. Da komm ich nicht mehr rauf. Ähm, was war ich denn jetzt? Wie kann man sich denn so... Lange F drücken. Ganz, ganz lange F drücken. Diesmal dürfen sie F drücken, Mr. Fleck. Diesmal. Alles klar. Ach, die Frau lassen wir das erste? Niemand. Mega-Modell. Was ist das denn? Oh, Redbeard ist... Unterbeard, oder? Ich weiß ja, was du das? Ja. Oh, ich weiß ja, was ist das denn... Oh, Redbeard, ihr Auto klingt so, als wären sie die ganze Zeit im ersten Gang. Schrecklich. Motorradfahrer. Gottes Willen. Okay, okay, okay. Oh, Moped. Ach, davon ist er. MHN. Das ist medizinisch. So, 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 so. Das ist ein wenig unvorteilhaft. Ach, ist es. La, dida, dida, die Nasenbären. Was? La, dida, dida, dida. Warte, erzählt sie. Als Nasebären sind blau. Uah! Hätt's gedacht. Ich nicht. Ach, MHN ist ja in die gleiche Kollision verwickelt gewesen. Nee, nee, ich habe das Auto in sie reingeschoben. Mit dem MHN in welche Kollision wurde er verwickelt? Ich bin hier gerade in ein paar andere Fahrzeuge reingefahren und da stand MHN dann auch daneben. Wie weit ist es noch? Und bei Checkpoint 24 von 38. Ich weiß nie, wie sie das rausfinden und bei welchem Checkpoint. Bei der ersten Runde. Ist es nur eine Runde oder sind es zwei? Zwei. Zwei. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie man das auf Tastatur anzeigen lässt. Da bin ich überfragt. Ich habe eine Idee, Mr. Flex, sie haben auch Tastatur. Ich habe gerade zu tun, drücken sie einfach mal alles. Das ist die Taste, wo man alle Spieler anzeigen kann. Okay, also F. Nein, ich drücke nicht F. Ich glaube Q oder Y ist das. Wer ist denn so ganz knapp hinter mir oder gleich an mir vorbei? Ah, Redbeard. Frau Nassenbeter. Hm. Gott, da habe ich ihn umgepulzt. Boah, da super genau in der Kurve zwischen zwei Euro setzt der Windschirm. Nein. Könntet ihr mal warten? So? Ne, ich kann gerade nicht. Ihr wartet keiner. Aber du bist doch gerade nicht auf dem ersten Platz. Yippie. Runde zwei von zwei. Oh, oh shit. Durch die beiden Bäume durch, Mensch. Oh, ich... Ach ne, Mist. Komm ich hier raus? Ja. Du, 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 du. Fuck. Gottes Willen. Oh, Fleck ist ein paar Sekunden hinten. Ja, ich bin ja gleich am Anfang wieder rausgeflogen. Da kannst du ja nichts machen. Der ist 30 Sekunden hinter mir. Ich bin da den Hang runter. Ich bin Kilometer daneben im Prinzip. Oh, Gott. Ah, aber ich sehe euch zumindest noch auf der... Ach, ne. Ich sehe alle auf der Karte. Ach, Kacke. Ihr seht alle auf der Karte. Uah. Och, Mann. Und Frau Nasenbär, sonst... Heute noch was proben? Ja. Ja. Das Ding hier gewinnen. Ach so. Es ist... Heute nichts. Nicht akzeptabel. Ach so. Das ist eine lange Strecke, ne? Mhm. Ja, aber das heißt ja auch, ich habe noch... Gut... Luft, um zu gewinnen. Nein! Alter! Redbeard! Was macht ihr denn da? Das hat wohl nicht so ganz funktioniert, ne? Ja. Jetzt komme ich nicht mehr ins MHM ran! Toll! Danke! Für mich geht es hier nur um den Zweiten. Oh Gott, der Wagen, der rollt! Genießt irgendjemand die Landschaft? Bitte was? Ein einziger? Wie Fleck! Ach, genießt! Fleck! Ich habe verstanden, liest jemand die Landschaft? Ich habe gedacht, das ist irgendwie so eine Fachzeitschrift für Landschaftsgeibler oder sowas. Keine Ahnung. Ah, für Floristen. Die Landschaft jetzt. Oh mein Gott! Ah, da hinten sammeln sie sich alle. Ja, ich bin nämlich auch gerade in Position. Also, wenn man nicht so sicher fühlt, ne? Sie kommen, um mich einzuholen! Uh! Einholen überhaupt zu holen. Ja, nein! Nein, das ist ja schon hinter mir. Das ist doch nicht möglich. Natürlich ist es möglich, aber ich finde das überhaupt nicht nett. Und das ist nicht mal der, den ich dachte. Tja. Ist zwar super wäre, wenn man als Host von dem Rennen einfach so alle anderen anhalten könnte. Warum? Ja, weil dann könnte ich jetzt euch alle anhalten, auf den ersten Platz vorfahren, dann ist er dann weiterlaufen lassen. Ja, aber warum? Damit ich gewinne. Ja, aber warum? Oh! Altes Säugetier hier! Dritter! Na, ich bleib hier stehen. Fleck hat keinen Bock mehr. Ne, das ist mir zu doof. Ach, wo steht das denn? Ja, ich seh's! Im Rosenbusch! Wunderbar! Mensch, die hätten's doch nicht mehr so weit gehabt. Was muss man machen, um hier rauszukommen? Warten, bis die Zeit abläuft. Ah! Kann ich hier... Ah, Moment, ich kann doch hier... Gibt's doch diesen tollen Filter, oder? Oh, ne. Ist vorbei, schade. Was? Sehr schön. Boah, 10.000! Was? Ich hab 3.000 bekommen. Und da habt ihr wunderbar die Innenan... Was war das? War das bei euch auch gerade, dass so alle ineinander standen? Nee. Nein. Da stand Frau Nassbier und wir alle standen, glaube ich, zeitgleich ineinander auf ihren Schultern. Nein. Das war sehr bizarr. So. So. Freier Modus. Freier Modus gelten zu sein. Ah. Jawohl. Dann denke ich mal, das war's für diese. Oder? Jawohl. Ja. Und Redbeard tut jetzt abmoderieren. Genau. Und zwar genau jetzt. Ne. Mach ich nicht. Oh je. Das wird so genommen. Ende der Aufnahme.